Das Leben ist kurz. Ich liebe dich. Die Liebe hält ewig. Willst du mich heiraten? Gracie hat sich zu einer scharfen Braut gemausert. Hey, du sprichst von meiner Tochter, klar? Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Bevor sie dich trifft. Es waren Teile eines Asteroiden. Der Neue, von dem sie sprechen. Wie groß? Ein sogenannter globaler Killer. Nichts wird überleben. Nicht mal Bakterien. Die Jungs von der Regierung haben uns soeben gebeten, die Welt zu retten. Seid ihr dabei? Bezahlen die auch Schlechtwettergeld? Wir machen es. Sie stellen allerdings ein paar Bedingungen. Die lauten? Oscar hat noch ein Wochenbezahlte Strafzettel. Max hätte gern, dass Michael Jackson wieder schwarz wird. wird etwas schwierig werden. Ach ja, und noch was. Sie wollen keine Strahlen mehr zahlen. Nie mehr. Astronauten werden jahrelang trainiert. Ihr habt zwölf Tage. Wenn Sie mich mit dem Ding piksen, rahmen ich Sie in den Hintergrund. Ich hoffe, Sie haben noch nie jemanden im Stich gelassen. Ich hab'n Dickschädel. Wie fühlst du dich? Gut. Wenn man bedenkt, dass ich in meinem ganzen Leben noch nie so viel Schiss hatte. Zur entscheidendsten Stunde der Menschheit. Wir werden heiraten. Darauf kannst du Gift nehmen. Bruce Willis. Willi Bob Thornton. Liv Tyler. Ben Affleck. Will Patton. Und Steve Buscemi. Mann, ist das abgedreht. Daran könnte ich mich gewöhnen. Sie haben alle Zeit der Welt. Noch 18 Minuten bis zur Nullmarke. Nicht mehr und nicht weniger. Wir gehen alle drauf, stimmt's? Tja, nicht jeder kann die Welt retten. Ja! Habt ihr gedacht? Ich gebe auf! Ich gebe niemals auf! Das ist mein Vater, du! Ich liebe dich! Armageddon.